was für ein Favourite Ah herzlich willkommen zum neuen Video auf dem 1 habe ich aus der Toilette heute Nacht bekommen wenig Rüstung aber passt eigentlich relativ neues Epic ich hab hier schon mal komme ich fast an die 10.000 Intelligenz ran äh geschickt für den Dungeon Gegner hier wie ihr seht noch fast unmöglich also bin ich noch nicht ganz fertig ach komm, was packt hier jetzt so da für Blumen mhm hallo ah jetzt auf Server 2 habe ich Epic Shirt bekommen, habe ich glaube ich schon erwähnt. Wieso spack das halt so? Dann kommen wir auf Server 3. Und dann muss ich gegen das Ungeheuer. Ich frage das Ungeheuer, oder wie das heißt. Okay. Auf Server 5. Ich frage das nicht. Muss ich gegen... Schwarzschädel, Krieger oder so. Nein. Gegen... Auch Menschenfresser. Das war ein bisschen laut. Auf Server 5. US. Bin ich... Bin ich nicht da... Oh, okay. Ich bin sehr... Seen kenn... Seen kenn... Seen kenn... Bin ich bei... Dunker Bieske. Fehlt mir noch ein XXL Ausdauertank. Dann Server 8. gegen die alte Seele. Die macht mich mit drei Schlägen K.O. So. Und ich fahre gleich ins Stadion... beim FC Augsburg... gegen... Stuttgart. So. Hier auch gegen die alte Seele. Das ist auf jeden Fall sick drin. Aber nicht so. Oder wie knapp. So. Auf Server 12. Bin ich bei den kleinen Gnomen. So. Bin ich bei den kleinen Gnomen. So. 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 Und auch Server 13. Bei... Bei dem kleinen Ding. Ja. Egal. Versuch mal. Noch mal zweimal. Ja. Ich bin bei meinem Tank. Toll. Begeben mein Tank. Und Service 17 kann man noch. Ich bin gerade bei meinem Kumpel. Deswegen... muss ich mich neu anmelden bei Service jetzt hin. in meinem Kumpel. Ein Aqui. Hier mein Chef. Ralf oder Nigela. Und Heiko. Da habe ich mich vermischt. Und... hier meinen Chef. Und Heiko. Hier mein Chef. Hier mein Chef Ralf oder Nigela. Ah, da brauche ich zwei Apex. Ja, somit war es das wieder, Leute. Ciao!